Hallo zusammen, hier ist wieder heute die Larnschüchte für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein bisschen T3 Items gamblen. Und dazu bin ich hier wieder in Naxxramas unterwegs. Und zwar wollen wir insgesamt 120 von diesen Tokens hier raushauen. Druckmittel des Todes. Und zwar dachte ich mir, gamblen wir mal Hände. Da kann ich noch welche brauchen. Und ja, dann gucken wir mal, wo haben wir sie. Also hier die Stulpen. Das sind insgesamt 40 Teile wollen wir haben für aktueller Preis. 120 von den Items. Das dauert jetzt einen Ticken, bis hier alle einmal rausgenommen werden. Und dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen Glück haben. Ein T3 Teil dabei ist. Denn die sind relativ gut was wert aktuell noch. Und ja, vielleicht mache ich ein bisschen Gold. Ich will das dann auch wieder für meine eigenen T3 Teile investieren. Quasi ein bisschen im Black Market. Und mal schauen. Gut, dann würde ich sagen, 40 Dinge haben wir. Legen wir los. Also das haben wir am ersten drin. Okay, ein Item, was 900 Gold wert ist. 26 Gold, damit reißen wir auch nichts. 250. Oh ja, hier 2, 3. Das könnten wir mal gucken. 15 K. Na, da wird es schon wärmer. 300, da wird es eher kälter. Schauen wir gerne mal, was haben wir da? 100. Dann haben wir, ah, wir haben so ein Gewebe gerade gekriegt. Deswegen kam da nichts raus. Also das hier. Die brauche ich unter anderem auch. Uh, 6 K. Und zwar brauche ich die Items, weil ich die T3 Teile mit denen upgraden kann. Ach, nice, da haben wir es. 1 T3 Teile. Du merkst schon, die haben die Dropshaws da schon erhöht, ne? Also sehr, sehr schön. Okay, warte mal, das können wir auch noch runterziehen. Also da haben wir es. Knappe 400 Ks aktuell hier auf dem Serverwert. Jetzt machen wir die anderen natürlich auch noch auf. Vielleicht kriegen wir ja noch ein zweites raus. Ich weiß gar nicht, ob ich in einem Opening... Nee, ich hatte glaube ich noch nie zwei in einem Opening dabei, ne? Also... Oh, komm, das können wir mal gucken. Na ja, das können wir auch mal gucken. Wollen wir mal, ob wir noch Glück haben. Achso, ich wollte zu diesem Gewebe noch was sagen. Und zwar kann man das ja verwenden, um dann, wenn man diese Base-Teile einmal geupgradet hat, also dieses Base-Teile kann man mit einem Item upgraden, ne? Was dementsprechend einen Schmied, einen Lederer oder einen Schneider herstellen kann, je nach Rüstungsklasse. Und wenn man das dann abgegradet hat mit diesem Craft-Item, dann hat man die Möglichkeit, dass man das reinigt. Und mit dem Reinigen kriegt man dann das fertige T3-Teile. Dann braucht man, also das hier ist zum Beispiel dieses schon einmal höher gecraftete Item, ne? Und da brauche ich jetzt 70 von diesem Phylacterium-Gewerbe, äh, Gewebe so rum. Und das kann man, wenn dann bei dem hier kaufen, für teuer Gold, 2k pro Stück, ne? Und du brauchst da einige. Oder man hat halt hier Glück beim Gambeln und zieht ein bisschen was so raus. Jetzt gucke ich mal von den Teilen, die wir jetzt hier noch gezogen haben, ob da noch was dabei war, was was wert ist. Ah, das hier vielleicht noch, ne? Da können wir mal gucken. Das eventuell noch. So, jetzt haben wir noch fünf Stück. Vielleicht kommt da noch mal eins raus. Oh, ich dachte gerade Epic-Teile, ne? Aber es ist irgendwas anderes. Ich hatte gerade schon die Hoffnung, ich sag's euch. Aber ich, also mit einem kann man vollkommen zufrieden sein, ne? Also, ich will da jetzt nicht undankbar sein hier. Eins ist schon toll, muss ich sagen. Juti, dann haben wir noch mal Hände. Sehr schön. Und ja, mal gucken, was beim nächsten Mal so rauskommt. Bis jetzt habe ich einen Lauf, kriege jedes Mal einen Teil, bin ich vollkommen zufrieden. Juti, wenn ihr wollt, sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Habt mich gefällt, dass ihr dabei wart. Euer Tillar, bis zum nächsten Mal. Ciao.